Christian Lechner, TSV Stein gegen Reinhard Steinbrecher, der leider den Stein bisher nicht brechen kann, er liegt 0-2 hinten vom CFRM und das war, aber es gibt da noch einen Ball, da er gewahrt, wer weiß wie lange schon, kaputt und ich bin's auch. Also, 0-2-2-0, Lechner zu Sürich. Oh ja, ob man den Stürmer kurz einspielen soll. Ist doch, oder? Nein, nein, jetzt ist es verurscht. Zu groß wird es ein Eierlein aus Holland, frisch verseucht. Eins, eins? Ja. Ist das so ein Eierlein? Ist das so ein Eierlein? Ist das so ein Eierlein? Das ist so ein Eierlein. Eins, eins, eins. So ein Eierlein. Wenn ich schon keinen Schnitt mehr habe, dann muss ich halt die Punkte machen, weil ich den Schnitt antäuscht und noch nicht neigriich. Kurzfristige 4 zu 3 Führung für den Underdog. Und ich habe das so ein Eierlein. Ich habe das so ein Eierlein. Ok. Beklang 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 Dann geh heim, dann geh heim! Dann geh heim! Dann geh heim! Noch blinder, Schatz! Dann fängt er an der Zerb auch noch mal. Sieben, reißen! Oh ja! Ja, dann! Von allen guten Geistern verlassen! Für die zwei Punkte, ihr habt zwei Elfen her. Für die sieben und die sieben. Sieben, reißen! Ja! Hm, 18 Minuten. Wenn's denn so sein soll! Wenn's denn so sein soll! Zwei, drei, Antony! Ne, das war ich nicht! Ich finde, wir haben keine Chance, den Punkt zu machen! Neun, sieben! Das ist der Sport! Sieben! 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 Sind! Ungefähr in der gleichen Maße, wie ich mich verschlechtert habe. Das war jetzt wieder das schlechteste Spiel des heutigen Tages.